Ich heiße Petrus und bin 13 Jahre alt. Vielen Leuten wird kein Auto und Schifffahrern gespecht. Gibt es ein Geheimtipp der Astronauten-Gegendung wie Gönnungswidrigkeit? Over! Ja, mit Gott, da gibt es tatsächlich den Trick. Jetzt machen wir vor dem Flug in Waikonur. Wir setzen uns auf so einen Drehstuhl. Und drehen uns in alle möglichen Richtungen. Da wird jedes von uns am Anfang geschwächt. Am Anfang dauert es manchmal nur eine halbe Minute, bis ein schlecht wird. Und dann hört man auf und am nächsten Tag macht man es nochmal, am nächsten Tag nochmal. Und jeden Tag so klein ist ein bisschen länger. Und wenn man dann das zwei Wochen lang gemacht hat, dann kann man das fast beliebig lang durchhalten. 10 Minuten auf dem Drehstuhl ohne Probleme. Und dann wird das auch im Weltraum nicht schlecht.